So, wie sieht das aus? Können wir wieder, jawohl, wir haben wieder ein paar Pfeile. Sicherheitshalber machen wir da auch noch welche. Wir können da auch, ja. Halt, wir machen die. Oh man, das sind ausgerechnet diese Viecher. Oh, oh, ich glaube der hat mich schon deckt. Geh doch da rein. Hops, seh nix. Mach doch mal das Gestrüpp von der Nase weg. Ups, voll Treffer, ich sehe. So, einer ist schon mal hin. Ich denke mal, können wir. Ich denke mal, können wir. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Jo, wir haben ihn. Oh ja, alleine hätte ich das vielleicht auch gar nicht geschafft. Ich weiß es echt nicht. Was ist denn da, ne? So, einmal schnell Medizin nehmen. Jo, das holen wir uns doch gleich. Ich bin kein klein. Jo, Draht ist immer gut. Teilschirm. Da ist auch noch eine. Jo, da haben wir auch. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Jo, wir brauen das aber erst später. So, jetzt wollen wir mal schauen. Dieser Bereich scheint frei zu sein. Da ist auch ein Fuchs. Aber ich brauche jetzt keinen Fuchs. Da ist offenbar kaputter. Echter. Ne, vergräute die Pfeile nicht. Du brauchst sie. Draht. Wo müssen wir denn hin? Da. Da sind schon wieder welche. Aha, wir müssen mal gucken. Kultistenfolterer. Oh, du Fresse. Was habt ihr denn alles vor? So, wir werden uns mal in die Richtung bewegen. Da sitzt noch einer. Da sind sogar zwei. Ja, wir markieren uns sie. Gut. Ich komme nicht weiter. Wo kann ich da nicht weiter? Wo war jetzt die Anlage? Mal. Da. Da. Kann ich nicht bewegen. Da muss ich hin. Ja, sieht gut aus. Sieht das? Ne, da ist sie. Das heißt, sie erschießen den da. Geh doch da mal hoch. Warum schießt? Ich kann nicht von hier ausschießen. Was weiter hier rum? Irgendwie raus oder da rum? Das ist, glaube ich, besser, ne? Sehe ich nur die Anlage wieder. Kopfschuss. Oh, wo macht man das? Wenn man da die richtige Tasse findet, ist das doch alles kein Thema. Komm, nimm den Kram mit. Das kannst du wieder nicht. Warum schlepp ich eigentlich immer was mit, was ich nicht nehmen kann? So, ich muss gucken. Den Bogen, den Kram kriege hier. Okay, ich versuch mal da hinzukommen. Geht das nicht? Warum geht das nicht? Hä? Nimm den Scheiß doch mal. Ist denn überhaupt nur einer da? Warte mal, was muss ich denn machen? Ja, Mann, das ging doch vorhin auch mit dem Bär. Hallo. Ja, hier ist jemand. Ja, hier ist jemand. Ja. Das war genau so, wie es sein soll. Äh. Entfessle die Macht des Schatten. Ja, wenn kein Schatten entfesselt mag das ja auch nicht, du. Oh, Mann, ich glaube, ich muss mich mal ganz schnell verstecken. Oh, Müll. Bin Gott nicht zu sehen. Bin Gott nicht zu sehen. Mach den Schatten, soll sie ja. Du kannst dem Schatten nicht entkommen. Doch, kann ich. Ich hau dich ja wirklich aus. Ja. 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 Was hast du da von? So. Ja. okay schon für die gefallenen noch einer doch einer bedorf ich weiß nicht was ich ablegen soll ich habe irgendwie immer probleme damit so jetzt wird erstmal weiß ich gar nicht ob wir jetzt durch sind begib dich zum höchsten turm okay das können wir ja mal machen in wirklich lute turm aber die haben alle nur scherben aus der kiste schnell reise paket okay noch mal hier lang und ich verstanden was das jetzt hier warum das hier nicht ging ist das auch noch was so muss ich jetzt mit irgendjemand schnacken oder so können alle schon weitergekommen oder ohne mich war ob es einmal gebordet das später ausschütteln das später aus genau so wir sollen zu dem höchsten turm das wäre dort okay wir gucken mal ob wir jetzt wieder money machen können aber das liegt wieder nur am draht dann behalten wir den und wir müssen vor allen dingen haben wir nur metallscherben wir kriegen ja kein draht oder so das brauche ich später noch ja klar das suchen wir doch die ganze zeit kommen die mit wir haben nämlich das problem dass unsere beutel leider schon wieder ganz schön gelitten hat so wir versuchen wir hier weiter zu kommen ich habe zu kämpfen hier wird nicht gekämpft du brauchst die blume wir müssen dort lang ja hier ist ja rüber ein verrostetes metall da kriegt man ja täterlos mensch ach eine schöne ockerfarbene pflanze man kann nie zu gut vorbereitet sein nein wir haben aber immer noch nicht genug ich habe mir gedacht da ist noch was gold vorbei das hilft bestimmt weiter ja wir müssen da hoch auch mitnehmen haben wir noch mehr pflanzen oder so nicht sehr gut aus haben wir vielleicht sogar ein fertigkeitspunkt haben wir leider auch nicht ja wir haben keine punkte bekommen sei ruhig da mein so krach also ich gehe nicht mehr unvorbereitet in einen kampf deswegen sammle ich jetzt dafür sind wir letztes mal zu oft gestorben wir müssen die medizin beutel voll haben das sind immer diese roten pflanzen etwas vorrat und das ist zwar keine aber ich weiß nicht was die macht keine ahnung noch nicht raus bekommen was ist das da komme ich gar nicht rein das ist nur rein holz hier ist noch was ich glaube das sind verdorbener sägezahn ja wir haben mindestens zwei die sind schon haarig genug das ist doch mal ja das sieht gut aus eine rolle ich noch eine fin bevor wir müssen da lang warum ist weiter lang ach wir sollen uns hier treffen genau ok mal hier saß ach der kann ich wieder nicht aufnehmen der hat auch nur eins und kreuz vielleicht können wir wieder muni machen das wäre gut sind hier ein lagerfeuer kann ich das zum speichern nehmen hau füße verbrennen geht nicht kein lagerfeuer leute kein lagerfeuer ach so das war das ok da gehe ich mal quatsch mal eine runde ich bin doch da mit den lagern lief es gut und jetzt zum metallring seine hohen welle schützen den feind wir müssen dort hinauf wenn wir entdeckt werden unter beschuss ich habe eine andere idee ihre basis hat eine schwäche schickt mich alleine vor dann nutze ich sie aus wenn ich es schaffe reiße ich ein so großes loch in diese mauern dass der komplette kriegstrupp rein stürmen kann das klingt nicht schlecht solange ich mit ihr kommen eine kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche einsatzbereitschaft ja wahl du kannst mit eloi gehen aber sei wachsam ja kriegsherrin versprochen ach je jetzt habe ich einen anhängsel geht jetzt wir warten auf euer signal ok was müssen wir da jetzt machen gut wir gucken noch mal cdr nur 18 schuss du hast einen plan oder du bist mir doch sogar in die ruinen gefolgt ich dachte du vertraust mir ja doch aber woher weißt du dass ihre basis eine schwäche hat geduld wahl du wirst es gleich sehen müssen wir denn hin da wo wir jetzt vor der haus sind da ist einer da 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 Vielen Dank.